Hast du dich schon einmal gefragt, warum bin ich hier? Oder was ist der Sinn des Lebens? Du musst wissen, du bist nicht allein. Viele Menschen fragen sich irgendwann, ob es mehr in ihrem Leben gibt. Etwas über dem, was sie selbst erleben und sie suchen nach einem tieferen Sinn. Du weißt es vielleicht nicht, aber Jesus hat für dich eine Bestimmung. Du bist nicht zufällig hier. Du hast mehr Wert, als dir vielleicht bewusst ist. Wenn du Fragen hast oder über deine Gedanken mit jemandem sprechen möchtest, der bereit ist, dir zuzuhören und dir bei der Suche nach Antworten behilflich sein möchte, dann klicke auf den Link und erzähle uns, was in deinem Leben gerade vor sich geht.